Juhu, ich kann endlich eine Kamera mein eigen nennen. Eine richtig gute Kamera, mit der ich richtig gute Aufnahmen machen kann. Und ja, ich erzähle euch einfach mal, wie es dazu gekommen ist, beziehungsweise wie ich sie mir geholt habe. My Trip mit Sule immer entlang der südwestlichen Europaküste. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wünsche dir ganz viel Spaß bei meiner neuen Folge. Nach so langer Zeit habe ich mich jetzt endlich dazu überredet oder mir vorgenommen, mir was zu gönnen. Und zwar eine richtig gute Kamera, mit der ich dann filmen kann, vielleicht auch Fotos machen kann, aber halt hauptsächlich zum Filmen. Dann quasi zum Vloggen für YouTube. Das heißt, ja, ob es eine kleine wird oder eine große, man wird es sehen. Naja, okay, ich weiß es schon, ich kann es euch erzählen. Ich habe mir eine GoPro geholt. Ja, und zwar die allerneueste. Habe im Laden natürlich auch ein bisschen überlegt, welche soll ich nehmen, beziehungsweise vorher schon lange überlegt. Ich bin eigentlich seit zwei Wochen am überlegen, was und wie ich mir was hole. Aber von vorne jetzt zu meinem Tag, wie ich das gemacht habe. Als erstes habe ich mir mein Bargeld genommen, also meine 1-Euro-Stücke und meine 2-Euro-Stücke. Und dann bin ich damit zur Tankstelle gelaufen, um, ja, mal zu fragen, ob die nicht Lust auf Kleingeld haben, beziehungsweise Münzgeld. Das ist ja kein Kleingeld. Und ob sie mir dafür Scheine geben können, weil, ja, ich glaube, in so einem fetten Elektro-Laden dann mit so vielen Münzen zu zahlen, kommt nicht so gut. Also habe ich dann die nette Frau gefragt und sie meinte, ja, mega gerne, voll cool. Und dann haben wir angefangen zu zählen. Und ich glaube, insgesamt waren es dann, ja, 320 Euro, die wir rumgetauscht haben. Und die habe ich jetzt halt in Papierform und muss die nicht als schwere Münze mitnehmen. Und weil ich aber weiß, dass die Kameras noch ein bisschen teurer sind, habe ich natürlich dann doch nochmal zwei Extra-Rollen mitgenommen. Weil ich hatte nicht alles Geld mitgenommen zur Tankstelle, weil ich ja nicht wusste, dass sie so viel annimmt. Hätte ich niemals gedacht. Aber richtig, richtig cool. Sie ist zwar auch eine richtig, richtig coole Socke. Sie kommt aus Rio de Janeiro und wir haben uns auch über andere Sachen unterhalten. Das ist immer sehr lustig. Ja, auf jeden Fall bin ich dann wieder zurück, habe meine Sachen zusammengeparkt, weil ich muss natürlich dann auch eine kleine Radtour machen. Denn Matero, wo der nächste Elektroshop ist, ist 15 Kilometer entfernt. Und das heißt, eine Stunde lang am Strand entlang fahren. Naja, eigentlich eher auf der Straße, weil es gibt leider keinen durchgängigen Fahrradweg hier am Strand an der Promenade. Ab und zu definitiv voll schön, aber halt nicht durchgängig. Das heißt, ab und zu muss man dann doch mal auf die Straße abbiegen. Ja, und dann bin ich gefahren und gefahren. Und das war schon irgendwie cool. Ich habe mich sehr unbesiegbar gefühlt. Das war richtig genial. Habe dann Musik dabei gehört. Nein, ich habe keine Kopfhörer drin gehabt. Das darf man ja nicht. Ich habe einfach in mein Fach von Wasser, wo eigentlich das Wasser reingehört im Fahrrad, habe ich meine Box rangemacht und habe dann einfach Lautmusik gehört. Ich meine, wenn die Spanier einem verbieten, das leise zu hören, dann muss ich es halt laut hören. Und dann bin ich dann mit meiner italienischen Musik durch eine spanische Küstenregion gefahren. Und ja, als ich dann in Matarou angekommen bin, ich habe halt das Navi gar nicht benutzt. Ich habe vorher geguckt, okay, wie muss ich ungefähr fahren? Und als ich dann in Matarou angekommen bin, habe ich mir gedacht, okay, frage ich doch einfach mal, in welche Richtung. Ich wusste, ich muss irgendwo hoch zu einem großen Einkaufszentrum. Und der Mann, den ich gefragt habe, also die erste Frau, die hatte keine Ahnung, weil die nicht von da ist. Und der Mann, der war dann so, oh, das ist aber ganz schön weit, Mutulejos, ne? Und dann, ja, hat er mir aber doch erklärt und deshalb habe ich jetzt dreimal den Weg erklärt. Und dadurch, dass ich halt ein paar Tage vorher in Spanisch meine Lektion schon irgendwie Wegbeschreibung drin hatte, habe ich das natürlich auch super easy verstanden, wie ich dann halt weiterfahren musste. Und das war echt ein steiler Berghoch. Also, uff, war ganz schön anstrengend. Der ging dann wahrscheinlich um die 800 Meter erst mal so Berghoch. War aber in Ordnung. Und dann war ich auch irgendwann da, links, rechts rumgefahren. Und dann ging das, jetzt ist erstmal die Frage, wo lässt du dein Fahrrad, wenn an einem Einkaufszentrum nirgendwo ein Fahrradständer ist? Und ich habe die Krise gekriegt, habe ich mich mit einem anderen unterhalten. Und dann meinte ich, ja, boah, ey, gar keine Ahnung. Ich weiß auch, warum. Weil normalerweise kommt keiner mit dem Fahrrad, weil es einfach so hoch auf dem Berg ist. Alle mit dem Auto oder mit dem Roller. Und dann letzten Endes bin ich dann in die Tiefgarage gefahren und habe mein Fahrrad dann da angeschlossen und habe mir gehofft, okay, dass keiner im Parkhaus jetzt über dieses Fahrrad meckert. Aber warum sollte auch? Habe dann feststellen dürfen, dass ich mein Brillen-Etui mit der Brille mitgenommen habe, wo aber keine Brille drin ist. Das heißt, ich war wie so ein Maulwurf dann unterwegs, weil ich hatte nur meine Sonnenbrille mit Stärke an und dann dachte ich mir so, okay, dann gibt es einfach Sonnenbrille mit Stärke im Einkaufsladen. Habe dann aber gesehen, dass andere Menschen auch eine Sonnenbrille aufhaben und dann dachte ich mir so, okay, verrückt, ich fühle mich seltsam mit Sonnenbrille in einem Gebäude. Aber gut, machen wir das auch mal, sind wir jetzt so cool. Und dann im Laden habe ich dann, ja, erstmal eine Ewigkeit gebraucht, um zu überlegen, was ich denn haben möchte. Und dann kam dann voll der nette Typ, der mir dann halt geholfen hat und mich beraten hat und dann geguckt hat, was er überhaupt vorrätig hat. Und letzten Endes habe ich mich dann doch für die neueste Variante entschieden, weil die, die davor wäre, die wäre nur die Kamera gewesen, die ausgelegt wurde. Und da hätte ich auch keinen Rabatt für gekriegt. Und die davor, ja, die hätte ich auch nehmen können, aber habe dann halt im Internet nochmal geguckt und dann dachte ich mir so, komm, diese 100 Euro jetzt, mehr oder weniger, machen den Braten auch nicht fett. Ich genieße das jetzt einfach mal, mir das neueste Modell einfach mal zu gönnen. Und dann habe ich mir das dann halt auch mitgenommen und mit dem Dude, den habe ich dann auch gefragt, ob er dann noch sehen möchte, was ich so mache. Und dann folgte er mir jetzt auf YouTube und an der Kasse war ich dann. Und dann wusste ich halt, ich habe nicht genug Geld in Schein mit und habe gesagt, so Leute, ich habe jetzt Münzen für euch. Und dann ging das große Zählen los. Also erst mal mit 1 Euro Stücken, mit 2 Euro Stücken halt, ich glaube, was weiß ich, um die 200 Euro rausgehauen und dann noch ein paar Scheine hinterher geschmissen. Und dann habe ich alles das quasi mitgenommen und ich hatte, also wir hatten eine gute Zeit. Es war nicht voll, es war vollkommen in Ordnung, es war noch eine andere Kasse da, aber es war halt dadurch, dass es Vormittag unter der Woche war, war es halt auch echt nicht voll. Von daher war das vollkommen in Ordnung. Und die fanden das auch lustig, wir haben uns über Straßenshows unterhalten, über andere Dinge und ja, komm, war echt cool. Und dann meinten die auch so, ja, was ist das denn, das ist voll interessant. Und dann habe ich gesagt, ja, folgt mir auf YouTube, dann werdet ihr das sehen. Und dann haben die mir halt auch auf YouTube gefolgt. Und ja, irgendwann hatte ich dann meine Kamera und war ganz stolz und habe mich gefreut und bin dann wieder zum Fahrrad gelaufen. Also man konnte dann direkt im Parkhaus-Bereich runtergehen, ins Parkhaus. Und dann bin ich lang gelaufen und dann war mein Fahrrad weg. Ich dachte so, ist das euch ernst? Wo ist mein Fahrrad? Und dann ist mir aufgefallen, es sieht schon ein bisschen anders aus und ich war eine Etage tiefer als mein Fahrrad. Das heißt, ich bin eine Etage nach oben und dann war mein Fahrrad zum Glück da. Also das war nur so im Moment so, hä, seltsam. Aber dadurch, dass es so viele Ebenen hatte in diesem Kaufhaus, ja, habe ich das einfach verwechselt. Aber es war auch nur so ein kurzer Moment, wo ich dachte so, hm, seltsam. Aber dann habe ich mich auf mein Fahrrad geschwungen und bin wieder zurückgefahren. Hatte dementsprechend an dem Tag eine wunderschöne, ja, Zeit. Einfach ein bisschen Fahrrad fahren und Musik hören. Habe diesen warmen Wind gehabt, diesen Fahrtwind, während ich gefahren bin und war einfach nur glücklich, dass ich mir endlich mal was gegönnt habe und, ja, war dann irgendwann wieder zu Hause mit einer neuen Kamera, die ich natürlich dann direkt auch mal im Wasser getestet habe. Kannst du dir auf jeden Fall das Video dazu angucken. Das habe ich jetzt auch schon hochgeladen und das ist ziemlich cool geworden, so mit Wellenvideos, mit, also, wie ich versuche halt diesen, diese Tube dann von der Welle zu ergreifen und wie ich selber dann halt im Wasser rumschwimme oder rumschwebe. Also es ist ganz cool geworden. Also, ich denke, diese Kamera ist ihre Investition definitiv wert gewesen und mal schauen, wie es damit weitergeht. Ich hoffe, du gönnst dir auch irgendwas Schönes und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Deine Gina.